Es ist einfach nur noch witzlos, Alter. Wo ist die Kettensäge, du? Peter! Ich hab so einfach verstanden, wie das Prinzip des Spiels funktioniert. Was mach ich eigentlich? Ach, das ist... Ah, jetzt kommen wir zum Zerlegungs-Trenner um. Erstmal atmen nicht so laut. Ah, das ist der Cop? Oder Deputy? Ich sollte ihr Vater sein. Ah, von wem? Blitz sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Ich hoffe, der redet jetzt nicht über mich. Und du mein Freund. Wirst mir helfen. Hm. Wenn ich Resident Evil jetzt heute in einem Rutsch durchspiele, ich lach mich kaputt. Ich sag's dir. So, looten. Flitten, Munition, Sechsflick. Easy. Ich wittre irgendwie so ein bisschen im Bosskampf, wenn ich ganz ehrlich bin. Haben wir da irgendwo Sachen übersehen? Ne, ich glaube, wir haben alles, wir haben alles. Ja, definitiv Bosskampf. Ja, das ist der Bosskampf im Februar, da kannst du mir nichts gegen sagen. Ich sag's dir. Achtung. Karma Deputy. Karma Deputy, ja. Der wollte dir deine Pistole nicht geben. Der wollte dir seine Pistole nicht geben. Ich wittre eine Falle. Ist schon irgendwas? Schießbar. Schießbar. Wir müssen alles aufsammeln, was wir brauchen können. Mehr Scholli Schuss. Äh. Kann man damit erstärken. Verbesserte Munition. Ja, lieber verbesserte Munition, als die andere Scheiße. Wir haben noch Kraut und noch zweimal flüssige Chemikalie, das heißt. Ich wollte nicht beide verschwenden, ich wollte nicht beide, ich wollte nur eine. Ich dachte aber, man muss doch beklingen, das tut mir jetzt aber extrem leid. Da haben wir den letzten Gop. Was eine Überraschung, tach. Ich bin mir nicht bereit für diesen Kampf. Ah, scheiße. Jetzt wieder mal Waffen wechseln. Oh, Entschuldigung, Kyu. Ah, scheiße. Nur eine Art, wie das hier ausgeht. Das ist doch Kettensäge. Shit. Hm. Der hat mal einen Trick durchjaut. Hm. Der hat mal einen Trick durchjaut. Ha. Lach doch da. Ach. Seit deinen Mann zu stehen. Ah, Katzen. Den Sequenz kann ich ihm glaub ich nix anhaben. Das ist nicht Groovy. Ha. He. 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 Ja, muss doch nicht sein. Du denkst, du bist ja krass. Ohlalalalalala. Grüß die Gänse. Es ist so dumm, es ist so dumm. Rauf, 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 rauf. Rauf, 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 rauf. Oh scheiße, die kennen sich schon. Kein Saft mehr. Kein Saft mehr. Easy, easy. Rauf. Jetzt ist es aber schnell. Jetzt ist es aber schnell. Jetzt ist es aber schnell. Lass mich doch mal in der Attacke ausführen, Alter. Heilung, Heilung, Heilung. Ich beweist dir feinlich, dass die Kennensäge besser ist. Ich beweist es dir. Eine Kennensäge ist besser. Kennensäge ist besser. Oh nö, 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 nö. Nicht, wenn es aus ist. Oh, ich sag's dir. Block doch. Doch. Ist das einfach in der Attacke ausführen, Alter. Ries die Kettensäge, du. Peter. Aha. Ah, ich hab's verstanden. Ich hab's auch ganz verstanden, wie das Prinzip des Spiels funktioniert. Du wirst hier sterben. Das seh ich hier anders. Wo ist der Rest? Noch ein bisschen. Tu mir eingefallen und bleib tot. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Ich glaub, das war nicht das letzte Mal, dass wir mit dem was zu tun hatten. Also irgendwo hier Loot oder sowas. Ja. Loot für die Welt. Da, da kommen wir raus. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte man das aufregen? Du Idiot. Du verdammter Idiot. Hab ich jetzt wenigstens einen Hundekopf? Ja, wenigstens hab ich einen schlechten Hundekopf. Ich glaub, dann sind wir hier erstmal fertig. Raus aus diesem verdammten Dreckskeller. Raus aus diesem verdammten Dreckskeller. Aber da vorne ist eine Abkürzung. Die nehm ich auch. Ich hoffe, es ist einfach das letzte Mal, dass ich hier runter geh. Ich hoffe es einfach. Wer sinkt hier, Alter? Ja. Was machst du denn hier, Öhmchen? Geh bitte wieder zurück in die erste Etage. Da ist besser. Alter. Alter, ich bin fertig. Das war gerade ein bisschen unnötig, aber ich wollte ein bisschen Platz im Inventar haben zusätzlich. Ich hätte gerade fast schon wieder Heilung gedrückt, aber Gott sei Dank ist dieses Game hier schlau. Ich... Verpisse. Nicht mal ganz kurz. Hahaha. Doktor,zi Dinn, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Arzneimittel Interessant ist hier noch irgendwas zum looten? Ja, Schießpulver. Ich hab aber leider gar keinen Platz mehr. Was können wir denn mal wegschmeißen? Können wir die Schottie nachladen? Schießpulver und dann haben wir auch direkt schon Äh... Ist das eine Munition? Ja. Warte mal, was können wir denn aus... Können wir schon so ein Zeug eigentlich herstellen? Nice! Brauchen wir die Kurbel aus dem Tape? Oh Scheiße! Egal, solange wir es nicht herren sollen wir ja nicht stören. Brennerdüse! Was macht mit deiner Brennerdüse? Richtig brennen! Ist hier noch irgendwas sinnvolles? Das kann doch nicht alles sein in diesem Raum. Top-Teile-Kombination, was? Ja, gar kein Brenner. Äh, ja. Ja... Ja, ich... Äh... Chillig, aber war das alles? Da liegt da irgendwie so eine beschissen antike Münze irgendwo rum und ich verpasse die jetzt. Das will ich nicht, dass ich irgendwie so eine Scheiße direkt so verpasse und dann wieder zurücklaufen muss. Hm... Ist auch egal. Scheiße, falsche Waffe. Oh, max. Was ist auch so? Also nicht, wir sind hier drauf. Oh nein, wir sind hier drauf. Oh wow, ich bin hier drauf. Euro. Oh shit. Oh shit, ja. Dann dann mal wieder auf. Oh shit, okay? Ja. Oh shit! Oh shit! What the hell?